Musik Kriegen wir schon zusammen. Glückwunsch, Alex, du den FS-Bits. Prost. Wow. Kalt, kalt. Zehn. Zehn. So, unsere Trainingshalle steht. Oh nein, noch so ein Ding. Upgrade complete. Gut, mehr lagern können wir. What? Ach, wir werden da oben angegriffen. Okay. Ja, ja, Alex. Oh, guck mal, hier oben geht's nicht weiter. Hoffentlich. Ah, ne, sieht nach Durchgang aus. Ja, klar. Ja. Level doch hier, Roman. Ja, komm. Oh. Oh. Okay, unser Hero musste jetzt auch ein bisschen einstecken. Okay, komm. Geht mal hierhin. So, das Tischzentrum. Wo ist das hier? Der Workshop, Entschuldigung, so heißt das. Ähm. Ach, der Schatten. Oh. Ich glaube, wir müssen mal hier den Schatten wegmachen. Oh, sehr gut. Der ist schon vorbei. Ready for action. Aber sonst habt ihr heute nichts Interessantes gemacht. Generell, alle im Chat. Ja? Sehr gut. So, neue Häuser. Braucht das Land. So, da ist immer noch einer frei, ne? Arschloch. Ich möchte kein Haus mehr bauen. Dann müssen wir auch noch mal gucken, was da ist. Ready for action. Nacht kommt. Ready. Ist natürlich fies, wenn man so nah dran ist, ne? Der könnte ungefähr bis hier kommen, wenn er ihn sehen kann. Hm. Echt. Wir haben kein Essen mehr. Okay, dann müssen wir mal wieder essen. Ready for action. Okay, man. Okay, man. What is it? What is it? What is it? Ja, brauchen wir Kohlen. Ah, okay. Man, 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 ich seh schon, heute hätten wir auch shootern können, ne, Alex? Oh, ne, Haus am See ist scheiße, das können wir nicht machen. Archer, ready. Ich bin auf. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Kräfte haben wir. Wir könnten auf jeden Fall noch mal ein bisschen was zu vordern hier hinstellen. Ey, warum? Zum Tagesanbruch greifen wir an. Machen wir zwei Einheiten mit. Es sind nicht auf dem Weg und wir würden jetzt auf jeden Fall aufrüsten, also. Erstmal die verbesserten Mauern. Na, die testen schon an, ne, wo sie angreifen können. Auf geht's. Ja, okay, mir fehlt Gold, ne. Mann, schlimm. War noch ein Poi. Das war sehr gut. Keiner hat's erwischt. Keiner hat Angst, das meine ich damit, ne. Komm mal hier hin. Hier wird gefaltet. Ich gehe mal eben schnell Kohle aus, bevor wir was Neues einnehmen. Ähm, wir brauchen den Turm für den Geschützturm. Oh ja, und das war's auch schon. Mehr kriegen wir nicht. Oh, neue Einheiten. Geilo. Ist ja noch nie passiert. Lass mich mal kurz hier aufleveln. äh, ähm, das Leben wieder aufleveln, so, ne. Ach, okay, Alex. Komm, mach mal schneller hier. Mal die Farm. Auf geht's. Rotten Fools. Okay, Rückzug. Ach du Scheiße, haben die viel einstecken müssen. Okay. Make way. By my hand. Fall by my blade. What? Strike with purpose. Yeah. I'm ready. So. Wir haben natürlich Kohlen. Die ballern wir jetzt raus. Aber wenn Gold kommt, ne. Boah, genau vier Gold nur noch. Ich kann gar nicht sehen. Ich sitze da vor. Entschuldigung. Also wir haben noch vier Gold. Hab ich jetzt gut eingekauft. Das ist schade. Stein, aber... Aber wir haben hier... Oh. Nice. Wicked creatures. We shall not waver. Fire shall cleanse. Upgrade complete. Watch this. Oh, wir haben eine Goldader hier oben. Sehr geil. Ah, shit, das ist noch mehr. Ich werde abgehauen mit dem Sperr, ne. Kann auch noch vorbeigerannt. Upgrade complete. Okay, passt auf. Das nehmen wir jetzt hier komplett ein. Auch wenn ich wieder viel zu weit außerhalb bin. Halt, stopp. Wir können auch eine Farm bauen, ne. Geht mehr Futter. So. Dann machen wir noch den nächsten Steinbruch, weil dann haben wir auch Steinen ausgesorgt. Wir müssen noch mal in jede Ecke gucken, ne. Die verstecken sich ja überall. Das Viecher. Ja, das war ein Probetag. Ich weiß. Was? Ja. 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 Dam Screen. Na ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020